Moin, ich bin zwar wieder mit einem neuen Video und mit meinem Erfahrungsbericht zu den Soundpeats T3. Fangen wir an. So, da wären wir bei den Soundpeats T3. Das sind preiswerte In-Ears der Firma Soundpeats, die mit ANC-Funktionen glänzen. Und ich packe die Teile aus, schaue sie mir an und befummel sie und am Ende seht ihr wie immer meinen Erfahrungsbericht. Noch kurz zu dem, was der Hersteller sagt. ANC und 4 Mikrofone mit 10mm Treiber. Nahtlose Bluetooth-Konnektivität. Transparenzmodus. Sensible Berührungssteuerung. Und schnelles Pairing in einem Schritt. Und nach dem Öffnen der unspektakulären Verpackung haben wir hier ein Handbuch, das unter anderem in Deutsch geschrieben und schwarz-weiß gehalten ist. Die Übersetzung ist auch okay. Dann haben wir hier zwei Ersatzohrstöpsel und zwar in den Größen S und L. M ist schon auf den In-Ears drauf. Dann haben wir ein USB-C auf USB-A-Kabel mit ca. 22cm Länge. Dann die In-Ears samt Ladecase herausgenommen und den Rest weggelegt. Dann noch die unnötige Plastikfolie abgezogen und da sind die Soundpeats T3. Und das Case besteht aus einem schwarzen, matten Kunststoff und wirkt soweit gut verarbeitet. Oben sieht man ein Soundpeats Logo. Ja und vorne sieht man eine Kerbe zum Öffnen des Case, eine LED sowie einen Streifen, der als Design-Element dienen soll und um das Case läuft. Links ist nichts zu sehen und hinten sieht man das Scharnier und hier sieht man den USB-C Anschluss zum Aufladen des Case. Unten ist nichts zu sehen. Dann mal das Case geöffnet und der Deckel arretiert und geht nicht alleine zu, außer man drückt ihn zu. Sehr gut. Und die In-Ears halten magnetisch drin. Der Deckel schnappt satt zu beim Schließen des Ladecase und das Scharnier ist stabil und wackelt nicht. Dann mal die In-Ears herausgenommen und das geht sehr einfach und drinnen sehen wir einen hellgrauen Kunststoff sowie einen Soundpeats Schriftzug. Ja und die Verarbeitung und Haptik wirkt richtig gut, obwohl der Preis mit ca. 40 Euro relativ günstig ist. Dann zu den In-Ears, aber erstmal die Ladekontaktfolien abgezogen. Ja und die In-Ears bestehen aus demselben matten Kunststoff wie das Case. Sie wirken soweit auch robust. Und am relativ großen Kopf der In-Ears sieht man eine Touchfläche mit Soundpeats Schriftzug und eine LED. Unten am Stiel sind Mikroöffnungen und nebenbei wiegt ein In-Ear ca. 5 Gramm und das Case ca. 39 Gramm. Ja und der Stiel ist auch nicht zu lang und nicht zu kurz, genau richtig scheinbar, um ihn einfach zu greifen, wenn man die In-Ears im Ohr justieren möchte. Dann mal beide Kopfhörer ins Case gesteckt. Und nun werden die T3 mit einem Poco X3 Pro gekoppelt, also Bluetooth aktiviert und das Case geöffnet. Und da sind sie schon und raufgetatscht. Und gekoppelt. Dann noch der Hinweis zur AAC-Codec-Unterstützung. Okay. Man sieht wie immer den Verbindungsstatus und den Akkustand. Ja und im Kopfhörer-Menü haben wir die Möglichkeit die In-Ears umzubenennen und einige Berechtigungen zu vergeben bzw. abzuziehen. Und außerdem gibt es die absolute Lautstärke und AAC zum Aktivieren. Ja und der erste Eindruck der Soundpeats T3 ist soweit recht gut. Die Verarbeitung passt und das Material fühlt sich auch gut an. Und wie die Musik so klingt, wie das ANC ist, wie lang der Akku hält sowie einiges mehr seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos im kurzen Erfahrungsbericht. So und ich nutze die Soundpeats T3 nun einige Wochen und bin sehr beeindruckt. Aber wie immer der Reihe nach. Zunächst zur Verarbeitung und dem Design. Ja und das Case und die In-Ears sind robust und haben keinerlei Probleme verursacht. Und die In-Ears wurden im Case beim Joggen in einer Bauchtasche transportiert und zwar mit Schlüsseln und so weiter. Aber soweit alles okay. Keine Kratzer oder sonstige Beschädigung. Ja und die Optik gefällt mit dem matten Kunststoff und den etwas kantigeren In-Ears ganz gut. Hier also alles okay. Dann direkt zur Soundqualität und für einen Preis von ca. 40 Euro hören sich Musik und Stimmen sehr gut an. Musik ist kräftig und Höhen, Mitten und Tiefen sind gut heraushörbar. Stimmen sind klar und laut und natürlich bemerkt man aber einen Unterschied zu höherpreisigeren Marken In-Ears von Jabra, Bose und so weiter. Aber die sind halt deutlich teurer als die T3. Und im Großen und Ganzen also vom Preis-Leistungsaspekt ein Top-Sound. Dann zu den ANC-Funktionen und es gibt zunächst den normalen Modus, also mit deaktiviertem ANC. Und da hört man halt leicht die Umgebungsgeräusche durch. Beim Aktivieren von ANC, indem man auf den linken In-Ears den Touchknopf kurz gedrückt hält, hört man sofort, wie Umgebungsgeräusche deutlich weniger wahrnehmbar werden. Natürlich kann man sie mit etwas genauerem Zuhören noch wahrnehmen, aber das ist schon echt gut gemacht. Und so kann man dann seine Umgebung ausblenden und seine Musik genießen. Dann gibt es den Transparenzmodus, der halt Geräusche durchlässt. Und hier nimmt man die Umgebungsgeräusche dann etwas mehr wahr, als im normalen Modus. Stimmen kann man so auch hören und sich somit unterhalten, ohne die In-Ears aus den Ohren zu nehmen. Was aber leider auch präsenter wird, ist Wind, der gerade beim Joggen und insbesondere bei windigen Herbsttagen nervig wird. Das ist aber auch bei anderen In-Ears der Fall. Und zu den ANC-Funktionen kann ich sagen, für den Preis echt top. Dann zum Tragekomfort und ich habe die größten Ohrstöpsel benutzt und einmal hineingesteckt, sitzen die Kopfhörer tadellos und angenehm im Ohr. Und ich war wie immer spazieren und hier ist natürlich alles soweit okay. Dann war ich joggen und zwar fast zwei Stunden und hier musste ich nicht einmal nachjustieren. Die Teile sitzen super im Vergleich zu anderen In-Ears. Und scheinbar ist hier eine sehr gute Balance zwischen den Ohrstöpseln und dem Gewicht der In-Ears gelungen. Und auch Liegestütze und Klimmzüge machen keinerlei Probleme. Die Teile bleiben einfach in den Ohren. Und der Tragekomfort und sichere Sitz im Ohr ist sehr gut. Gut, dann zum Akku und hier kann ich sagen, dass ich fast zwei Stunden mit aktiviertem ANC unterwegs war und dann noch von 100% Akku ca. 50% Rest hatte. Und zu Hause hatte ich dann noch ca. 2 Stunden ohne ANC Musik gehört. Ja und im Mischbetrieb mit und ohne ANC kommt man dann so auf ca. 4-5 Stunden Akkulaufzeit. Und aufladen kann man die In-Ears mit dem Case dann ca. 3 Mal und das dauert dann so ca. eine Stunde. Vom Akku her sind die T3 also nicht super, aber vollkommen okay. Dann zur Touchbedienung der In-Ears und mittels Einmaldrücken, Doppeldrücken und Gedrückt Halten werden Aktionen wie Lautstärkeregelung, Playpause, Liederskippen und ANC Funktionen durch Wählen ausgeführt. Und dies klappt sehr präzise und dank der Bauart sowie des Stils beim Justieren bzw. Hineinstecken und der gut gemachten Taste kommt man auch fast nie ungewollt an die Touchfläche. Also auch hier alles gut. Und da die Soundpeats T3 eine dedizierte Lautstärkeregelung haben, sind sie auch gut für die Nutzung am Amazon Fire TV geeignet. Und nebenbei konnte ich einen Versatz zwischen Bild und Ton beim Videoschauen nicht feststellen. Dann zur Verbindungsqualität und es ist Bluetooth 5.2 verbaut und ich habe die Standard 10 Meter geschafft, kommen dicke Wände dazwischen, dann bricht irgendwann mal die Verbindung ab und baut sich automatisch wieder auf, wenn man in Reichweite ist. Ja und ich konnte die Soundpeats auch ohne Probleme mit mehreren Handys, PCs und so weiter koppeln und man kann die In-Ears auch im Mono-Modus alleine verwenden und somit die Akkuleistung verdoppeln. Ja und telefonieren kann man mit den Soundpeats T3 natürlich auch und mein Gegenüber und ich konnten uns klar und deutlich verstehen. Hier mal eine Mikroaufnahme. Das ist ein Mikrotest mit den Soundpeats T3 und ihr könnt euch jetzt einen Eindruck über dessen Qualität machen. Ganz okay. Ach und eine IP-Zertifizierung gibt es nicht, aber ich habe die Soundpeats T3 trotzdem einmal nass gemacht und sie funktionieren weiterhin ohne Probleme. Nun gab es irgendwelche Allgemeinprobleme mit den T3? Nö, nix. Sie funktionieren wie sie sollen. Ja und das war es schon zu den Soundpeats T3. Es sind gut verarbeitete und schicke In-Ears mit gutem Sound, sehr gutem Sitz im Ohr, praktischem ANC, guter Bedienung und gutem Akku. Und insbesondere der Preis ist für diese Leistung sehr gut, sodass ich die Soundpeats T3 ohne Bedenken empfehlen kann. Und falls ihr das Video irgendwie interessant findet oder irgendwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Kommentieren und teilen wäre auch sehr nett. Und ansonsten bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020